Das ist also so, weil wir gehen an die Einzelhandel. Ich werde die Aufnahme jetzt nicht abbrechen, deshalb. Äh, Leute, ihr müsst die Aufnahme abbrechen. Nein, ihr müsst die Aufnahme nicht abbrechen, das ist so lustig. Warte, Leute, ihr müsst trotzdem die Aufnahme abbrechen, mein Hut ist gerade abgehauen. Was? Mein Hut ist gerade abgehauen. Ich weiß nicht, mein Hut kam gerade in mein Zimmer rein und sagte, der Hut ist weg. Wer soll anfangen, wer weiter, Sieg das mal fest. Damit irgendwie eine Reihe aufstellen oder so. Ich fang an, dann Sergius, dann Jendrik und dann Lane-Live. Was soll ich denn sagen? Einfach nur freuen und einfach nur schaden. Okay, ja. Für alle, die es noch nicht wussten, ich bin Sergius. Okay, es ist noch, ich weiß nicht. Nee, das ist nicht, ich weiß nicht. Vor allem, die meisten, die auf meinem Kanal Videos gucken, die denken immer, du bist der Otto. Aber egal. Oh, das ist erklärt-einiges. Okay, wären wir soweit? Ja. Oh, jetzt ist es trivial. Okay, ich starte in 3, 2, 1. Hallo, Leute, und herzlich willkommen zurück auf B&M. Zusammen heute bei Replica, einem Spiel des Bounds, welches ich persönlich schon mal gespielt habe. Aber heute haben wir mal eine große Besetzung dabei. Und ja, ihr seid ja alle denn. Hallo, ich bin 6144. Ja, ich bin der Jena 1099. Haken nicht geländert. Ich bin glaubt, nix. Cool und ja, wir spielen jetzt dieses wunderlustige Spiel und gucken einfach mal, was passiert. Und wie viel sind wir denn? 1, 2, 3, 4, 5, 6 sind wir und wir haben nur... Ja, Fliege hat noch nicht gesagt. Ja, steht hier auf Kaube. Ja. Das ist ja Fliege, die es noch nicht wussten. Er scheint gerade AFK zu sein. So. Ja, ich glaube, er ist auch irgendwie ein bisschen verpackt, weil man sieht seinen Namen nicht. Sagst du und im gleichen Moment klingt deine Stimme bei mir. Ganz komisch. Er ist im Spectaten-Modus. Ist okay. Moment, einer fehlt, aber noch einer müsste jetzt noch nie in deinem Team sein. Oh, dann ist er da. Ich war's, ich war's. Ich hab gefehlt. Los, gut. Okay. Ja, Herr fliegt. Cool. Hat das Team auch zugesucht? Gut, wir fangen an. 3, 2, 1. Okay, Runde Nummer 1. Es gibt jetzt offensichtlich irgendein Bild. Äh, Bild. Okay, das sieht ja schon mal ganz cool aus. Das Spiel ist so aufgebaut, dass es Leben gibt. Und jedes Mal, wenn ihr es nicht schafft, das Ganze innerhalb der Zeit schnell fertig zu bauen, verliert ihr ein Leben. Und wenn man keine mehr hat, ist man raus. Okay, ihr habt außerdem noch zusätzliche Super-Items. Wenn ihr diese Super-Items benutzt, könnt ihr noch ein paar Spezial-Sachen machen. Und jetzt ist es so, dass ein Spieler, ich bin in diesem Fall, ein Bild bauen kann. Und ihr könnt ja mal gleich versuchen zu erraten, was das sein soll, was ich da... So, ich hab was gebaut. Mal gucken, ob ihr raten könnt, was das sein soll. So, ein Untergang. Ja, cool. Obwohl's uns sonderlich schön aussieht. Das ist wunderschön. Danke, Sergius. Von dir deutet das sogar was, wenn du das sagst. Ja, muss das heißen. Ein Schleim, ein Schleim. Ich hege keine Talente fürs Mauer. Joa, macht ja nichts. Macht ja nichts, das war mir hier, Sergius. Ja, und du kannst Technik. Ja, Technik, gut, das kann ich. Aber das kannst du ja auch. Ja. Ich hab verloren. Und jetzt? Äh, was ist das denn? Ich habe das Gefühl, dass das Minigame nicht richtig läuft. Jetzt hab ich nur noch ein Leben. So, jetzt mach Lane Life, mach ein neues Bild. Mach ein anständiges Bild. Ich überleg grad. Sehr kreativ. 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 Das fällt jetzt zu klein, um kreativ drauf zu schreiben. Ich schau dir zu. Kein Druck. Kein Druck. Sergius, der Meister, schaut dir zu. Kein Druck. Mach's nur perfekt. Wenn der Lehrer für gesagt hat, klasse so und so, der Meister spricht zeitgefälligst ruhig. Das gibt's auch. Das ist der Moment, wo man in einer praktischen Prüfung sitzt, ne? Und dir gegenüber sitzt dann der Lehrer, du fängst dann an zu erzählen, ne? Der Lehrer, der darf zwar nichts sagen, aber der verzieht dann die ganze Zeit das Gesicht und du kriegst so, ne? Hat auch noch solche Geräusche von sich, ne? Und du fängst da an zu schwitzen, ne? Ja, dazu hab ich keine Ahnung. Was denn, Leicht, Bord hat das geil? Was, was, was? Ich hab nicht so schade. Es gibt so wenig Blöcke, um das jetzt zur Detailreiche zu machen. Es gibt so wenig Platz, um das zur Detailreiche zu machen. Ready, set, go. Oh, Mario. Mario. Ach, jetzt, jetzt, weil ich verstehe das System, warum immer ein Fliege es kommt. Weil der eben nix baut. Wenn ein Block nicht ausgefüllt ist in der Zeit, wird es zu diesem weißen Clay. Ah, verstehe. Ja, richtig, das wird gleich ein ganz lustiges Spiel. Äh, wenn der Luft ist, das mit weißem Clay. Sprich, wenn jemand nichts braucht, ist er Clay. Oh, oh, scheiße, ich hab mich, ich hab mich verkackt, ich hab mich verkackt. Ich hab verkackt. Ich hab einfach weiter. Schnell, 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 schnell. Ja! Ja! Nein, ich hab missgelegt. Jetzt wird's spannend, jetzt wird's spannend. Ey, wer baut? Nein! Wer baut? Schau dich da. Schon wieder. Nein, ich misst dir gerne. Warum baut keiner? Achso. Das ist jetzt die Enderunde, das ist jetzt die finale Runde. Entweder gewinne ich oder leid. Du hast gewonnen, ich hab, ähm, Items auf falsche Höhe. Ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe. Denn sonst kommt man nicht aus mit den Blöcken. Es müssen über 4, man braucht 64 im Inventar. Ja! Okay. Okay, die Runde geht ganz ehrenhaft an Lane Life. Cool. Herzlichen Glückwunsch. Nochmal? Dankeschön. Ja, können wir sonst machen, aber ich würde sagen, weil ich gemein bin, daraus mache ich einen zweiten Part. Wir sehen uns dann. Bis bald. Und ciao. Ciao. Bis später. Okay, speichert schon mal die Aufnahme ab, die Aufnahme, die könnten dann zuschicken. Ähm, ich lasse die Aufnahme, obwohl ich mache noch einen Part. Danach würde ich sagen, das reicht dann erstmal, sonst können wir los. Achtung. Was? Ich, ich, ähm, hab's nicht geklärt. War ein bisschen geklärt. Gut. Achtung. Drei. Zwei. Eins. Hallo Leute und herzlich willkommen zurück auf dem Minecraft zweiten Part unseres Spielens. Replica. Beim letzten Mal hatten wir ja ganz lustige White Fails und irgendwie war das ja ziemlich lustig. Lane Life hat am Ende gewonnen. Die Besetzung ist nach wie vor die gleiche. Hi zusammen erstmal. Hallo. Hallo. Genau. Und ich würde sagen, jetzt starten wir. Nur diesmal ist es so, dass keiner von uns ein Bild macht, sondern es werden angeblich zufällige Bilder gezogen. Was ist schon alt. Insofern, das stimmt. Und ich wieder weiß. Okay. Es wird noch keine Nebenans. Ach so, weil wir gehen mal an die Einzelne. Ich gehe mal an die Einzelne. Ich gehe mal an die Einzelne. Alle vom Server runter? Sind wir alle vom Server runter? Okay. So, vom Server runter? Ja. Okay. Ich werde die Aufnahme jetzt nicht abbrechen, deshalb. Wenn alle vom Server runter sind, äh... Ja, Sir, gehst du es da drauf. Sehr gut. Was ist passiert? Äh, Leute, ihr müsst die Aufnahme abbrechen. Nein, ihr müsst die Aufnahme nicht abbrechen. Das ist so lustig. Wir haben einen Fail am Anfang und wir lassen die Aufnahme schön weiter auf. Aber diesmal... Ich wähle aus Always Player Made Pictures. Ja, jetzt können wir wieder joinen, oder was? Genau, joinet und wählt euer Team. Warte, Leute, wir müssen trotzdem die Aufnahme abbrechen. Mein Hund ist gerade abgehauen. Was? Mein Hund ist gerade abgehauen. Ich weiß nicht, mein Hund kam gerade in mein Zimmer rein und sagte, der Hund ist weg. Ich muss kurz weg. Alles klar, wird direkt abgehauen. Ja, dann. Das können wir ruhig in der Aufnahme bleiben. Kommen wir gleich. Dann kommt man anders auf. Und ich glaube, das hier, das ist einfach so lustig, dass... Das setzt sich als Fail hinter die alte Aufnahme. Na gut. Ja, ja, ist das. Ach, Fail. Viel Erfolg, weil es ist alles gut. Alles klar, ich bin gleich da. Tschüss. Tschau. Ciao. Denn Sergius deckt es hier wahrscheinlich auf das Surf offline, nicht wahr? Nein, wenn er sein PC laufen lässt, nicht. Hm. Außer der geht gleich in Standby. Ja, sonst würde ich sagen, lass uns zum nächsten nochmal eine Aufnahme machen und ich render das eben etwas hochladen. Und, ähm, schickt ihr mir die Audiospuren zu? Äh, wie bei Skype oder was? Skype ist immer scheiße. Am besten eben per Drive oder Mediafire hochladen. Ja. Könnt ihr auch gezippt hochladen und dann Link. Ja, ich glaube, mein Spawnsch und Drive, äh, als er in den Ding reinsteht, dann beendet ich das mal nochmal hier abbrechen, ja. Aber das sind nur 15 MB die Datei von mir. Ja, aber es glaube ich mir Skype schafft, es die mit einer Geschwindigkeit von 0,001 Bit pro Sekunde zu übertragen. Ja, das ist viel gut. Deswegen hau ich ja bei Mediafire hoch eben. Dankeschön. Danke für die Mediafire. Danke. 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 Danke.